Berlin, bei The Voice of Germany haben sich im Halbfinale 13 Kandidaten um die 5 Finalplätze gestritten, und ein Coach musste bereits vor dem großen Showdown die Segel streichen. Auffällig war, dass in der 13. Staffel der Musikshow erstmals 5 Stühle im Studio zu sehen waren. Und damit ist nicht der Doppelstuhl der Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom, beide 34, gemeint. Denn auch Kohl Savas, 48, durfte bei den Coaches Platz nehmen. Der 48-Jährige qualifizierte sich als Sieger von The Voice Rap bei CUPRA mit seinem Talent Leon Ezzo Weick, 26, für die Vorschlussrunde der Hauptshow. Allerdings war am Freitagabend für den Rapper auch schon wieder Schluss. Sein Schützling schaffte es nicht ins große Finale, obwohl Ezzo für seine Interpretation des Sido-Songs Astronaut von den Coaches gefeiert wurde. Wir haben das natürlich immer nicht so richtig ernst genommen. Die ganze Zeit, gestand Bill Kaulitz nach dem Auftritt ein. Das hat mir wirklich, wirklich richtig gut gefallen. Brachte am Ende aber leider nichts, denn die Coaches durften im Semifinale zwar ihre Meinung kundtun, die Entscheidung fällten aber die Zuschauer, per Telefon, SMS oder Join-App. Und dabei reichte es für den 26-Jährigen nicht. Giovanni Zarella rettet sich in Finale, Ronan Keating gleich doppelt vertreten. Ein Highlight gab es für Savas aber trotzdem noch, denn der Auftritt von Finja Bernau, 21, die letzten Endes auch nicht in die Finalshow einzog, hat den Rapper dermaßen geflasht, dass er sie am liebsten gleich für ein gemeinsames Projekt gewinnen wollte. Ich würde so gern mit dir Musik machen, bot er der Niederländerin nach ihrer Darbietung des Materia-Hits Lila Wolken umgehend an. Bei nur einem Teilnehmer standen die Chancen aufs Finale natürlich von Beginn an denkbar schlecht für den Rap-Coach. Dieses Schicksal teilte auch Voice-Neuling Giovanni Zarella, 45, denn auch er hatte nur eine Teilnehmerin ins Halbfinale gebracht. Desai Isapong Aghimang, 21, gelang neben Malou Louis Kreielkamp, 24, Choi Eskivias, 26, Emily Miles, 33, und Egon Herrnleben, 40, aber der Sprung ins Finale. Damit sind beim großen Showdown alle Coaches der Hauptsendung vertreten, Ronan Keating, 46, hat als einziger zwei Talente durchgebracht. Am 8. Dezember steigt dann ab 20.15 Uhr live bei Sat. 1 das große Finale. Am 9. Dezember steigt dann ab 21. Am 98. Dezember blivende steigt dann ab 21. Am 9. Dezember st storage in Am 9. Dezember steigt dann ab 21. Am 1. Dezember reiziger. Am 10. Dezember. Am 11. Dezember sind erst También ab 22. Am 8. Dezember appointment. Vielen Dank.